ja hallo hallo ja live auf mein profil heute mal was ganz was total spannendes ich habe heute hier die liebe linda benninghoff und hallo ja ist ja mein profil also du kennst mich dann nämlich wohl an hier ist die mona und wir haben uns gedacht wir gehen mal an den start und linda und ich wir arbeiten viel zusammen und auch ein oder andere private machen war und wir haben uns gedacht kommen heraus linda hat ja auch viel zu erzählen live geschnatter herzlich willkommen auf die seite zum live geschnatter das erste mal ja voll geil ich freue mich voll ich freue mich voll dass wir jetzt dieses live geschnatter zusammen machen weil ich hatte dich zum ersten mal aus glaube ich schon ein paar monate her irgendwie zwei monate habe ich das zum ersten mal gesagt ist dass wir das mal machen könnten einfach so über verschiedene themen zu reden nicht nur business sondern eben wirklich du hast es ja glaube ich angekündigt alles was frauen interessiert genau so verschiedene themen und ich finde es mega dass wir das jetzt so spontan hier machen das ist ja glaube ich eine große kunst für manche frauen flexibel zu sein und einfach mal zu machen auf was sie bock haben wir hätten sie auch total groß und luxuriös ankündigen können so mit fibra morio haben alles gar nicht ne weiß eigentlich keiner aber wir haben sechs zu sehr also an dieser stelle und es werden mehr ich finde es klasse hallo schau gerne mal in den chat rein ja glaube ich mache dann auch mal direkt noch mal mein facebook auch und gucke mega ja wir haben ja sagen wir mal einen überbegriff mitgebracht und ich glaube das thema was frauen interessiert ist ja auch weiterentwicklung ich merke das ja und ich möchte mal kurz linda vorstellen für diejenigen die linda nicht kennen also ich kenne linda weil ich eben über mann und meint mit ihr zusammenarbeite unter anderem und sie linda ist ja ein du bist ja ein genie darin zum thema facebook alles was so damit zusammenhängt auch nur was eine mega große geniale eigene gruppe gehabt du bist jetzt auch gerade am umswitchen wo du sagst du du machst gerade feintuning ich finde es ja mega kann man auch alles kompliziert machen ja kann man auch alles kompliziert machen genau wir machen das heute nicht kompliziert war da jetzt schon eine frage ne da war noch keine frage ich warte dann einfach mal ja 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 ich natürlich habe ich eine frage wir kamen zwar mit dem thema heute hier rein ins rennen und zwar du hast ja seit ich dich jetzt kenne eine wahnsinnige weiterentwicklung gemacht also ich erinnere mich an die ersten talks die wir hatten also unsere business gespräche die wir hatten und dann natürlich auch kurz privat natürlich und das was zu dir am herzen liegt und da hast du ja auch echt riesige schritte gemacht warum hast du denn für dich damals angefangen und das ist ja sicherlich nicht erst drei jahre her du machst ja schon viel viel länger was aber warum ist denn das thema für dich so wichtig das thema weiterbildung meinst du weiterentwicklung weiterentwicklung klar dass also ich habe sogar vorhin noch also heute gerade vor einer halben stunde habe ich mir noch bei facebook gibt es ja immer diese erinnerungspost das warst du vor zwei jahren und so und da habe ich also ich mache jetzt weiterbildung war ich noch nicht so ewig lange das mache ich erst seitdem ich meinen blog gegründet habe also seit fünf jahren und angefangen hat das damit dass ich halt mehr erreichen wollte als ich zu dem moment erreicht habe ich hatte halt ich wollte gerne was erreichen und ich habe gemerkt okay alleine funktioniert sie irgendwie nicht keine ahnung ich habe mich abgestrampelt und abgestrampelt aber es ist nichts passiert und da habe ich dann halt angefangen mir hilfe von außen zu holen und ich habe mir gerade eben noch ein video angeguckt von vor zwei jahren da war ich bei tony robbins in florida bei unleash your power within und da hat es glaube ich so richtig bei mir klick gemacht also das habe ich auch in dem video da erzählt bei mir da zum ersten mal so richtig bewusst geworden ist es nicht selbstverständlich ist was ich bis dahin geleistet habe und was ich so mache und dass ich auch andere frauen also das habe ich so richtig gefühlt in dem moment ne dass ich auch dann anderen frauen helfen will auch so diesen wert für sich zu erkennen und das ist halt auch heute noch so mein antrieb irgendwie dass ich halt spüre dass da noch viel mehr möglich ist und dass ich das halt will so das ist so mein antrieb weswegen ich das mache ja ich finde es ja cool dass du das so formuliert weil wir also ich muss ehrlich sagen ich kenne ja viele frauen die sind ja auf so vielen unterschiedlichen gebieten experten genies wie auch immer man so das betiteln und benennen heutzutage möchte und sie denken sie wären da echte loser ja das ist unglaublich oder ja also ich würde also ich habe gar nicht so gedacht ich bin voll der loser für mich war es einfach selbstverständlich weißt du das was ich mache ist halt so dass das irgendwie gut ist oder cool oder mega oder was das war mir halt bis vor zwei jahren gar nicht so bewusst war dir das schon immer bewusst ich muss ehrlich gestehen dass als ich so den großen switch gemacht habe und raus aus dem familienunternehmen bin hatte ich wirklich eine zeit wo ich mir gedacht habe ich kann nichts mehr ich war immer die tochter vom chef und ich musste mich dadurch natürlich hatte ich das gefühl habe immer doppelt so viel anstrengen und rödeln und ich habe für mich festgestellt ich hatte ein ganz ganz kleines selbstwertgefühl obwohl ich sich an kurse und ausbildungen hatte ich habe alles gemacht und getan und trotzdem war ich irgendwie so gefühlt mir ist so klein mit hut und egal wer mir irgendwie vielleicht mal auch wieder worte gegeben hat da habe ich sofort irgendwie gedacht oh gott es stimmt was mit mir nicht ich habe ich habe ich habe mich nicht gut vorbereitet ich bin da hätte ich wohl ein bisschen mehr wissen müssen es ich muss ehrlich gestehen es gibt auch heutzutage noch momente wo ich mir denke da hätte ich mal besser vorbereiten können gibt es auch heute noch wäre gelogen aber nicht mehr so stark wo ich sage dieser gedanke nimmt mich dann raus und lässt mich dann so in meiner energie nach unten ziehen das ist ja der große unterschied wenn die frauen heutzutage dann anfangen an sich zu wo ich kann das nicht ich weiß nicht ja dann fangen sie an total sich klein zu machen oder kommen die auch die meisten nicht raus das ist das kostet ja auch viel energie dann ja finde ich toll bis dann sozusagen auf dem wege und du hast ja schon verrückte kurse und ich bin es ja total klasse man ich hätte es ja nie zugetraut hat ein oder andere kurs hätte ich mir gedacht die länder die kommen aus dem hohen norden die ist so sehr gerne ganz brava ganz weißt du schublade auf lindereien schublade da kommt die lindere ums eck mit keine ahnung wo du schon überall war es peru kohle geschichten gemacht ne peru war ich noch nicht also wo war das in zwei jahren wo vor zwei jahren florida das ist das ist das zum thema zum thema weiterentwicklung dieses schubladendenken ist ja auch so fatal ich glaube deswegen fangen auch die frauen an so viele kurse zu machen weil sie irgendwie in jede schublade rein wollen hä wie meinst du das verstehe ich jetzt nicht also ja mona halt ne jetzt geht's los ich bin ja ich bin ja nicht so ein großer freund von schubladendenken ne viele viele menschen haben ja angst davor in eine schublade gesteckt zu werden weil in dieser einen schublade da denkt man okay da ist nur sichtbar was ich so jetzt hier drin kann in dieser schublade und deswegen fangen so viele frauen an also das denke ich mir so viel zu tun so viele unterschiedliche dinge damit sie in so viele schublade reinpassen also als beispiel wenn ich zum beispiel irgendwo hingehe auf veranstaltungen da kann ich irgendwie zu gefühlt jedem thema irgendwas so im normalen leben sagen ob es jetzt heirat ist ob es scheidung ist ob es haus bauen ist haus verkaufen kinder alleine großziehen kinder gemeinsam groß also irgendwie gefühlt alles business aufbauen business keine ahnung und sowas meine ich halt ne ja und das muss man ja auch heute gar nicht mehr ja das kann schon sein das kann ich mir nee ist ja ist ja auch eigentlich quatsch ne eigentlich ist es ja gut gerade wenn man selbstständig ist dass man in einer schublade drin ist dass die leute auch wirklich wissen für was du stehst und ja wo du der ansprechpartner bist apropos ansprechpartner da haben wir ja noch gar nicht drüber gesprochen wir haben ich muss auch noch mal was sagen für unsere zuschauer hier ne wir haben die fragen nicht abgesprochen die wir uns hier gegenseitig stellen jeder hat sich zwei geheime fragen ausgedacht die man die idee dem anderen stellen darf aber ich will jetzt eigentlich noch mal eine andere frage die gar nicht hier auf meinem zettel steht weil wir haben ja beide unabhängig voneinander und das finde ich auch total cool dass wir jetzt also das also was frauen auf auch ja oft machen dass sie sich vergleichen und dann denken sie das macht die dann kann ich das nicht machen und so oder die ist besser und bei uns beiden ist es ja so dass wir beide innerhalb von einem monat sozusagen unsere positionierung komplett geändert haben und beide total in die oder ich sag mal in die gleiche richtung in eine sehr ähnliche richtung aber trotzdem hier jetzt zusammensitzen und nicht sagen mona macht das gleiche mit der kann ich mich nicht mehr blicken lassen so ne also ich sag mal bei mir ist es ja vom thema geld und money mindset dass ich jetzt eben frauen da unterstütze ihre träume mitzuleben und die ziele zu erreichen und eben das zu anzuerkennen was in ihnen ist und bei dir ist es ja sehr ähnlich hast du mich ja nachgemacht oder du mich ja wir haben wirklich ne als ich dir erzählt habe dann in einem und zwei kreis dass ich ja dass ich jetzt anders rausgehen oh ich auch das war so surprise surprise ja ich finde es total spannend weil wo war denn da die frage ja das ist jetzt auch gut wo war die frage vergleich ja wie weiß denn jetzt sag doch mal wie deine positionierung ist und ob du da auch nicht so dieses oder wie du das mit dem vergleichen so siehst die frage finde ich richtig geil muss ich sagen also zwischen uns so finde ich richtig geil also meine positionierung ich ich coach das ja neun ich habe jetzt acht jahre lang in diese richtung business und so weiter gecoacht ich habe acht jahre lang seit 2011 seit ich mich selbstständig gemacht habe ich business gemacht und ich habe für mich einfach festgestellt ich habe lange business gecoacht und viel qualitätsmanagement führungskräfte trainieren und so weiter und irgendwann habe ich für mich festgestellt ich kann ja noch so geil auch qualitätsmanagement all dieses tolle an strukt konstrukten bringen konstrukten bringen wenn der mensch in dem system also in der firma bei mir noch firma nicht dahinter steht nicht nicht irgendwie was damit anfangen kann da fing meine ersten weiterbildungen zum thema coaching an dann habe ich eine weiterbildung zum therapeuten gemacht weil ich ja immer tiefer noch hinein wollte aber es war immer noch kontinuierlich business dabei und jetzt ist der punkt wo ich sage business kontext finde ich cool und wenn sich da frauen melden und sagen mona mensch du in denen deine erfahrung ich coach das natürlich trotzdem aber mein hauptaugenmerk ist es bringt all dieses nichts wenn du dir als frau als individuum nicht erlaubst anzukennen was du für eine immense power in dir hast und dazu und das ist ja eins zu meiner stecken pferde ist ja so dieses alte loszulassen sich von diesen alten blödsinn dingen wie verknüpfungen verbindungen mag es jetzt energetischer natur sein was auch immer wirklich zu trennen oder ich würde gar nicht sagen trennen und trennen ist nicht so ein gutes wort für mich weil er schon ein schlauer mann gesagt hat hast du schon mal gehört dass von abtrennen du im ganzen heißt nein kann man nicht abtrennen kann ich nichts mit anfangen ich finde es eher integrieren und loslassen und da merke ich dass es so mein haupt stecken das habe ich zwar interessanterweise die letzten jahre auch immer mitgecoacht und die frauen kamen zu mir an haben mit mir zum thema positionierung und alles aber letztendlich lief es immer auf das eine hinaus und ich habe jetzt einfach gesagt jetzt lassen wir doch das ganze mal drumrum weg und nehmen mal wirklich die kernessenz was bleibt dann du ich wir und das finde ich mega und auf deine frage zu kommen beziehungsweise auf den punkt vergleichen neid und so weiter ich muss ehrlich sagen wir zwei kommen ja aus einem unternehmen was ja sozusagen die coaching szene revolutioniert hat da ist dix hat ja alles neu gemacht für deutschland österreich und die schwarze wir durften erleben wie die ersten richtig genialen geilen 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 coaches hier geboren wurden und ihre größe gegangen sind ich meine so eine erfahrung das ist so fantastisch und ich muss ehrlich sagen ich dürfte auch erleben wie der erste night losgehen wie das erste aufeinander rumhacken mein tool ist besser ich bin interessanter ich bin hochpreisiger ich bin preiswerter ich bin interessanter und ich denke mir es gibt so viel platz noch für so viele frauen und auch männer die als coaches auf dem markt sind wir müssen uns darum nicht kloppen ne und mir ist persönlich lieber mit den frauen zusammenzuarbeiten die sagen ähm Mona ich spüre da eine verbindung oder Linda ich kann mit dir eher wie mit der Mona na auf meinem profil ey ich denke mir großartig ich sehe mich eher auch als networkerin ich sehe mich eher in einer funktion von zusammenbringen ich habe schon so viele klienten weitervermittelt du wirst es nicht glauben wo ich mir denke hätte ich sicherlich coachen können was soll der ganze schmarrn also das ist meine meinung dazu ich finde es spannend weil ich habe nämlich heute früh noch gedacht ich möchte gerne auf mein profil online heute gehen aber da war das internet so schlecht und ich kommuniziere zum beispiel super wenig testimonials von mir obwohl ich so viele habe und warum ich es nicht tue es hat nur einen grund nicht weil ich nicht an mich glaube sondern einfach weil ich mir denke ich möchte die frauen die interesse einer zusammenarbeit haben ins vertrauen bringen mit dem was ich sage und ich will ihn nicht mit tausenden von testimonials sie überzeugen das gefühl finde ich muss wichtiger präsenter sein wie keine ahnung wie siehst du denn das ja genau so also deswegen finde ich das ja auch also wir nehmen uns ja überhaupt nichts weg wenn wir jetzt hier zusammen ein video machen also dieses live geschnatter weil jeder ist ja wirklich unterschiedlich und wie du schon gesagt hast der eine findet mich vielleicht zu nordisch kühl oder was weiß ich wie und der andere mag dich dafür lieber oder mich nicht oder was weiß ich oder findet uns beide doof dann geht er halt zu jemand anderes aber das ist halt der vorteil dass man uns wirklich dann auch erleben kann oder auch jemand anderes erleben kann und dann frei entscheiden kann wo man hingeht wo es halt passt ja das ist dann eben das ja das sind eben das gute ja also ich muss ehrlich sagen in der heutigen zeit durch dieses thema social media haben wir ja zugriff auf so schnelle vielfältige möglichkeiten ob es jetzt wissen ist informieren sich zu outen business zu betreiben es bietet ja unheimlich vielfältige möglichkeiten aber man muss finde ich meiner meinung nach respektvoll damit umgehen und deswegen dulde ich zum beispiel bei mir in meinem freundeskreis auch hier nur menschen die wohl wollen oder wertschätzen miteinander umgehen also ich habe auch wirklich jegliche die und das hat auch nichts damit zu tun nichts zu dulden aber ich denke mir wenn jemand pisslaune hat dann kann er woanders hingehen wenn er mich nicht leiden kann bitte geh bitte geh und das ist zum beispiel ein Punkt ich meine da muss ich doch mit gutem Beispiel vorangehen ich möchte auch den frauen an die hand geben dass du es nicht allen recht machen musst oder ja auf jeden fall und da sind wir natürlich ich finde dich gar nicht nordisch kühl man könnte es meinen ja aber du bist es gar nicht nein wir werden mal wieder beim schubladen denken aber weißt du das habe ich also mittlerweile lässt es nach aber deshalb also ich bin jetzt wie alt bin ich 47 ich habe das bestimmt auch bis vor drei jahren immer gehört wenn mich jemand kennengelernt hat und dann hat er mich kennengelernt hat er immer gesagt ich dachte ja immer du bist so arrogant aber das sagt man bei meiner mutter auch diesjahr denkt ja jeder ist so arrogant so aber ist dann auch okay ich habe mir immer gesagt naja gut wer mich kennenlernen will lernt mich trotzdem kennen hat auch funktioniert das internet hakt ein bisschen also es geht schon ne bisher war es perfekt gut darf ich noch mal eine von meinen fragen stellen von meinen sehr gerne okay ganz anderes thema mich würde interessieren weil du hältst ja immer so schön du hast so tolle bunte trinkgläser aus phantasialand und was weiß ich wo du immer hingehst was trinkst du eigentlich immer so tagsüber interessanterweise also oh Gott was für eine crazy chicken frage also ich bei mir hat das stark geändert sich geändert über die letzten jahre als ich mich auch weiterentwickelt habe vielleicht ist das so deswegen hat es mich interessiert ja also ich schaue dass ich ab und zu wasser trinke aha aber am meisten liebe ich meine tees ja ist auch gut ja also ich mache mir in der früh immer gleich hier so eineinhalb ein liter eineinhalb liter wasser äh tee und das ist dann entweder ein grüner tee oder ein kamilletee ich trinke ja wirklich fast alles und an tees und das trinke ich dann und das schmeckt mir eigentlich am besten also pures wasser mag ich ja gerne besonders wenn ich so meine meine ich mache intervallfasten wenn ich dann so in dieser phase drin bin wenn ich weiß okay dann ist es auch okay aber so tagsüber normal ich habe gerne geschmack im mond ja aber tee ist doch auch gut ist doch auch gesund mega also finde ich auch falls mir irgendjemand auf mich zukommt und sagt mona ich würde mal die tee weglassen weil deine weiß ich nicht die zähne oder sowas dunkler werden dann nehme ich das als Anlass ich glaube bei grüntee oder kamille ist da keine gefahr aber ich finde das sehr lustig weil ich trinke auch nicht gerne wasser und ich trinke gerne wasser wenn es so 30 grad draußen ist sonst bin ich gar kein wassertrinker und ich trinke auch immer tee mega ja also ich trinke im moment pfefferminztee ingwerttee und chai tee das sind so meine drei teesorten mit denen ich mich durch tag trinke das ist ja cool aber du hast recht ich habe immer irgendwie so kindertassen also ich weiß nicht ob man das erkennen kann das ist eine tasse mit cars ah ja ja sieht man ich liebe ja also so kindertassen nicht dass ich dass ich meinen Kindern was wegnehme sondern einfach ich liebe dieses dieses kindliche und ich schaue auch wirklich dass ich das lebe in meiner in meinen möglichkeiten ja aber ja sehr aufmerksam ja habe ich lustige gläser ja ich habe auch noch eine frage so an dich so ha ja ja bist du neugierig ja das erzähl ähm was war dein schlimmster Albtraum uff jetzt ein echter Traum ja ach du scheiße okay das ist echt privat jetzt also meinst du Traum 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 Orgie oder sowas achso das wird jetzt von Facebook wieder geschnitten oder so ein Traum ja so zum schlafen er ist echt privat okay dann den zweitschlipsen es gibt nur einen Albtraum achso okay äh was ist das wird interessant gut kann ich vielleicht in einem halben Jahr drüber reden okay alles klar dann ähm was ist der Gedanke wenn du abends ins Bett gehst ne dich in dein Bettchen kuschelst und du dir denkst geiler Tag gewesen was ist zumeist der letzte Gedanke bevor du dahin schlummerst ja der letzte Gedanke das ist ja nicht eine gute Frage ähm ähm der letzte Gedanke also spontan ist mir jetzt gerade eingefallen dass ich mich oft darüber freue dass ich mir vor zwei Jahren ungefähr Schlafschuhe zu Weihnachten gewünscht habe und ich freue mich einfach wenn ich abends im Bett neke dass ich so schön warme Füße habe weil ich weißt du das sind so Kleinigkeiten das habe ich vorher nie gemacht so richtig schöne tagsüber so richtig Wollsocken anzuziehen dass meine Füße warm sind oder nachts Schlafschuhe anzuziehen aber das genieße ich so mega dass ich warme Füße habe so da freue ich mich dann oft drüber ja ich habe finde ich jetzt cool weil ich habe eine neue Technik dahingehend entwickelt für mich ah erzähl ich komme aus Bayern bei mir ist München ums Eck und da gibt es ja zweimal im Jahr das Tollwut das ist so ein alternatives Festival und da gibt es wunderbare Stände auch so alternativ und einer hatte so wundervolle längliche Dinkelkissen so längliche so ganz schmal und zum Warmmachen das habe ich mir mitgenommen und wenn es dann kühler wird lege ich das in meine Mikrowelle ja ich habe eine Mikrowelle ich weiß Strahlungen und so und ich habe über viele Jahre mir immer die Füße gewärmt mir wurde es aber nicht so warm jetzt lege ich es mir so ganz kurz über den oberen Bauch und da wird mir da ist mir viel wärmer da könnten auch die Füße kalt sein ich habe das das habe ich für mich entdeckt als ich vor kurzem wieder länger gefastet habe da habe ich dann machst du ja so deine so ab und zu so Leberwickel oder so ein schnicki schnacki und dann habe ich das mal ausprobiert fand ich sehr sehr gut ja finde ich gut ich werde das mal mit einer Wärmflasche probieren mit Wärmflaschen schlafe ich auch gerne ein echt? ja ich bin so eine Frostbeule ja so eine Frostbeule ich hätte auch noch eine Frage jetzt an dich noch eine noch eine, genau und zwar wir arbeiten jetzt ja schon ein paar Jährchen zusammen und du bist also was ich so bei dir was sich so bei dir so verändert hat in deinem Coachleben so wie ich das wahrnehme ist ja dass du seit einem Jahr oder so auch eigene Seminare und Workshops gibst und da habe ich mich gefragt was mich interessiert was es für dich bedeutet so ein Seminar zu geben also ich arbeite ja online und live und beides hat seine Vorteile und natürlich auch beides seine Nachteile ich liebe diese Live Arbeit weil die Energie so direkt vor Ort wenn ich auf der Bühne stehe viel stärker zu transportieren ist da kann auch und ich wie gesagt ich liebe online coachen aber so mal noch live dazu ist nochmal ein Ticken intensiver möglich online bietet natürlich Flexibilität ja wenn mich Frauen aus Frankfurt oder Hamburg kontaktieren und sagen ich kann nur abends oder in der Früh und so weiter dann findet man immer Möglichkeiten damit man der Klientin Möglichkeiten bietet also Chancen bietet für den nächsten Step aber für mich ist es live wird es immer präsenter ich habe mich mal zeitlang Speaker genannt aber ich sehe mich gar nicht als Speaker ich glaube das habe ich abgelegt das sehe ich gar nicht mehr so im Fokus sondern dieses Coachen und als Trainer wirklich in seiner Liebe sein Bestes zu geben das finde ich cool also ja es ist mir wichtig sehr wie fühlst du dich dann also ich meine jetzt gar nicht so auf der Bühne stehen und vor 100 Leuten reden sondern so in so einem kleineren Rahmen also was für ein Gefühl ist das für dich? ich muss ganz ehrlich sagen es ist sowas wie klingt jetzt ein bisschen crazy Familie ich habe die ersten Jahre habe ich Business gemacht weil ich Geld verdienen musste ich habe mir das eingeredet du musst Geld verdienen natürlich wir brauchen Geld jetzt sehe ich es eher so in Richtung das was ich tue das was ich zu bieten habe an Fähigkeiten bietet die Möglichkeit sich zu connecten zu verbinden und das geht natürlich live intensiver andere würden sagen online ich finde live dafür habe ich jetzt schon zu viel gesehen und ich habe das auch gespürt als ich letztes Jahr ich glaube letztes Jahr war es als ich mein allererstes Retreat in Frankreich gemacht habe mit den Teilnehmern da ist so unglaublich viel möglich einfach wenn du wirklich an der Frau arbeitest an den Menschen arbeitest wenn du wirklich an den Themen arbeitest du wirklich an den Körper rangehen kannst du wirklich spüren kannst natürlich kannst du das auch online aber ich merke durch auch dieses ganze Social Media Thema wir verwahrlosen so ein Stück weit menschlich verwahrlosen wir muss ich ganz ehrlich sagen dieses Persönliche dieses Direkte dieses Anfassen geht verloren und ich merke auch in meinen Herz-zu-Herz-Coachings Gesprächen jetzt gibt es ja von mir Magic Days die man unterschiedlich für sich wirklich konfigurieren kann um für sich zu gucken was passt für mich das läuft alles nur auf eins hinaus sich selbst wieder zu spüren und wieder in Kontakt mit der Umwelt richtig, richtig intensiv gehen zu können Ja Willst du nochmal sagen wann dein Magic Day stattfindet? Also dieser Magic Day der findet ja schon wirklich sehr zeitnah statt schon nächstes Wochenende also wer daran Interesse hat live in Hamburg zu sein darf sich gerne melden das wird jetzt wie gesagt ich glaube der 23. November sein für alle diejenigen die die Aufzeichnung und der 23. schon rum No Panic wie gesagt ich arbeite auch wirklich online und der nächste Termin der wird ich weiß nicht wann der stattfindet der findet so individuell statt was ich anbiete ist eben das Thema Magic Day also ich gehe da eins zu eins rein ich bin einer der wenigen Coaches momentan auf dem Markt die wirklich eins zu eins arbeiten weil es mir einfach richtig ist also geht gerne auf meine Webseite wer mich kennt monaschön.com da findest du die Informationen zu Magic Day und dann machst du das was für dich richtig sich anfühlt ich habe auch eine wundervolle Frau die für ein Gespräch da ist hau raus ja aber jetzt mal genug von mir weil wir sind ja auch hier zu zweit liebe Linda wo ist denn momentan für dich dein Fokus wo du hast ja gesagt du hast ja auch deine Positionierung verändert und ich weiß ja auch dass du deine Blog deine Blogbeiträge bist du gerade beim Anpassen und wobei oder mit 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 was begleitest du denn aufs nächste ich würde gar nicht sagen aufs nächste Level ne das mag ich auch nicht ne ist nicht die richtige Wahl ne den nächsten Schritt den nächsten Schritt ist cool ja Level ist für mich zu ehrgeizig also das ist nicht das was ich ja machen möchte also mir geht es wirklich darum das ist ja auch das was so meine Entwicklung in den letzten Jahren dass man wirklich so an seine Ziele glaubt und seine Träume auch erstmal wahrnimmt das ist ja der erste Schritt ne dass man sich traut überhaupt zu träumen und dann so seine Ziele setzt und dann nicht weil die Ziele dann auf einmal vielleicht groß erscheinen oder zu groß oder es kommen dann Schwierigkeiten und dass man dann sagt ach vielleicht das Universum will gar nicht dass ich das erreiche oder so sondern dass man dann wirklich oder die Frau dann wirklich ja das das macht und sich traut und dafür einsteht also das ist das was ich halt jetzt hauptsächlich mache vorher war es das Money Mindset da war das Thema aber schon immer auch zu mindestens 50 Prozent für mich drin und jetzt ist es halt 100 Prozent geworden und da merke ich einfach dass das mir viel mehr Spaß macht und viel mehr Fülle bringt und das ist einfach ja viel sinnvoller oder sinnstiftender für mich jetzt ja genau ich bin ja auch ich bin auch dabei ein Retreat zu planen ich kann leider noch kein Datum nennen aber das wird nächstes Jahr in Spanien stattfinden im Juni so genau und da geht es darum wieder ins Fühlen zu kommen weil da habe ich nämlich auch gemerkt dass so dieses Fühlen so richtig Fühlen was man will das haben wir ja total verlernt schon als Kind du darfst nicht weinen reiß dich zusammen und was weiß ich nicht alles was man da so hört und da geht halt so das Gefühl und das Bauchgefühl und die Intuition so verloren und das kann einem in der Selbstständigkeit super weiterhelfen finde ich wenn du wieder anfängst auf dein Gefühl zu hören und was du wirklich willst und dass man dann eben auch so seine echten Träume was man wirklich will dann auch viel leichter erreichen kann da geht es dann in dem Retreat drum sich wieder zu fühlen ja ich bin gespannt ich auch das ist ja auch mein mein großes Ziel das hatte ich ja schon vor als ich den Blog gestanden ich habe vor fünf Jahren habe ich gesagt ich will mal ein Retreat machen aber ich habe mich halt nie getraut so genau jetzt ist halt der Zeit von mir jetzt fühlt sich super gut an das zu machen endlich das zu machen ja ja es wird Zeit für jeden für jede von uns ja mega Linda es hat so viel Spaß gemacht ja ich finde das auch super ich finde wir sollten das wir sollten unser Live-Geschnatter unbedingt wiederholen das machen wir das machen wir mega ja also an dieser Stelle so schön dass du live hier oder auch dir die Aufzeichnung jetzt ansiehst zu unserem ersten Geschnatter mit Linda und Mona Geschnatter ist ja nordisch hat was Positives von alles darf hier sein keine Begrenzungen keine Legitim Limitierung Limitierung Limitierungen also wenn du von der Linda was lesen möchtest ich Name klicken und bei mir auf meine Webseite findest du alles informationsmäßige dann auf meiner Webseite ich kann dir nur eins sagen stop it mit dem Thema Perfektionismus und hau raus dafür sind wir hier genau hab Spaß ja und in diesem Sinne es ist Freitag ein wundervolles Wochenende ganz liebe Grüße aus Bayern und aus dem hohen Norden in Ostfriesland genau und connecte dich gern also die Menschen von Linda gern zu mir die von mir gerne zu Linda weil ja das werden wir öfters machen und wenn du Fragen zum Beispiel hast wo du sagst wir können es wäre toll wenn die Linda und die Mona mal dazu schnattern dann schreibt das uns doch gerne weil dann geht auch super Idee genau einfach über Messenger kurze Nachricht schreiben da freuen wir uns tschüss tschau ihr Lieben tschüss tschau 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 tschau